Moin moin, liebe Freunde des Volker, hier sind Kreule und Chris von Ohrenfeind aus Hamburg, St. Pauli. Und wir haben das ganz, ganz große Vergnügen, euch mitteilen zu dürfen, dass wir Ende Mai, nämlich vom 24. bis 26. Mai 2019, dabei sind, auf dem Hellfire Bike Weekend auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel. Nehmt euch also im Mai nichts vor, kommt vorbei. Dabei sind Eddie and the Backfires, die Meute und unsere Freunde Jimmy Cornett und Stahlsalz. Das wird laut, Freunde. Hörgol!